oh man wenn der voll ist ich muss zwei volle weg bringen das weiß ich jetzt schon und ich hörte mal dass es genau abgemünscht ist dass da kein kampf überbleibt tipp ich mal drauf wo ist das ding was ich da vorhin hatte das müsste ja links irgendwo stehen da so das waren soja bohlen was pflanzt man jetzt da oben machen wir weizen ob das noch lohnt soll ich fragen was er da hinten gerade macht will ich es wissen sicher nicht das heißt alles was hier über ist könnte ich bei mir einladen lagern aber ich glaube nicht dass dafür überbleiben wird da so 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 ... ... Hu 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 hu. Jetzt muss ich dringend ein bisschen planieren, das geht's so nicht. Na toll. So dann. Fast. Dann dünge ich jetzt gleich, mit der Sprühe, wie sie da. Der blöde Baum da oben ist weg. Okay. So. 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 So weichen stellen könnte man nicht, gell? Stellwerk vielleicht. Eher unwahrscheinlich. So. Ich. Ja, nein, ja, nein, ja, ja, nein, wo war denn das noch wieder? 1.000 2.000 Weg muss er. Nicht in die Richtung, ach manu. Na toll. Gott ist der hässlich. Funktioniert das, wie ich mir das vorstelle? Bedingt. Bedingt, aber ganz gut. Sehr schön. Reif zu liegen. Aus. So, wo war er jetzt? Was? Soja, Bohnen. Hä? Sehr mysterious. Und der Klumpfuß jetzt. Da. Gut versteckt. Ich würde ihn ganz gerne so weit weg wie möglich kriegen hier. Sehr seltsam. Das Feld ist nicht schlecht hier oben, aber das ist mir ein bisschen zu schräg. Da werde ich wohl ein bisschen Geld investieren müssen. Irgendwann. Schaffe ich das von hier? Ja. Perfekt. Ja, mit der Kettensegel kann man halt nicht still laufen. Ist doch klar. Oh. Die verschwinden diesmal gar nicht. Oder doch. Sieht fast nicht so aus. Ja. Ich weiß, da ist ein riesen Berg Bäume vor mir. So, und jetzt müsste ich, glaube ich, düngen, ja. So, und jetzt muss ich, glaube ich, düngen, ja. Okay, passt. Äh, passt, 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 bingo. Ist schon gut kaputt, der LKW. Ich weiß gar nicht, wieso. Ob der Hänger zu schwer ist. Ach, ja. Ist das so hell heute da draußen? Mein sicher könnte ich mir ein bisschen Geld cheaten. Aber so bin ich ja nicht. Das macht doch gar keinen Spaß. Fertig. Nochmal abschütteln. Brav. So. Der düngt. Der muss noch weg. Na ja, das passt. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Fertig. Da kann er gleich das. Mein. Ich sag, die kleinen Felder, das macht keine Laune. Das macht mir keinen Spaß. Das geht mir zu schnell. Und das ist, glaub ich, Kalk, oder? Da ist dieser blöde Baum hier im Weg. Toll. 50%. 50%. Ähm. Hä? Gut, das kann man nicht. Stimmt. So müsste ich mit Kalk. Okay. Gut. Wie sieht es jetzt hier die ganze Zeit so nass aus? Wo ist das Matsch, oder was soll das sein? Das ist ja süß. Das ist übrigens die dritte Reihe von ihm. So, wie viel hat er jetzt gebracht hier? 5.716. Ich weiß nicht, was er da hinten macht, das sieht einfach lustig aus. So, wie viel ist. So, wie viel ist es? kalkstreuer so ich könnte immer gucken wachsen tut schon mal bodenbeschaffenheit gedüngt also gülle fehlt noch natürlich guter mist je nachdem misstreuer ich würde ganz gerne diese felder zu einem großen machen die acht wird mir gut gefallen also die müssen wir zusammen wachsen da müsste ich mal schauen beim händler beim händler doch schnell reisen ich vergesse es mal anhänger man kann doch felder sich auch zusammenlegen wir schreiben die bitte seetechnik war das nicht so diverses war das glaube ich blablabla schwaderschregel ballentechnik wendler wendler genau der besten thomas wendler oder wie heißt er das ist auch nicht flüge und neue felder anlegen da war doch was problem ist dass die alle schräg sind bis auf die ganz kleinen und das ist dementsprechend komische schräge felder werden ich kaufe den jetzt hier mal zwei meter breite neuer fahrzeug der hat noch platz der hat noch platz der steht nur doof rum der ist dreiviertel voll dann könnte der mal abholen das ist schon wieder dunkel sobald der voll ist muss ich hier mit dem traktor hin den rest zu holen ich könnte mir vorstellen dass daraus überbleibt und also um wie und du und du 86% naja, schauen wir mal Ich finde gut, dass es jetzt nicht provisiert zwischendurch, sondern dass es einfach zügig weitergeht na, ob da so viel überbleibt, ist fraglich naja, schauen wir mal ich kann ja schon mal den da ach so, wenn ich den da kommen das Lager mal nicht schnell rein jetzt muss ich hier den Hänger abhängen und das mag ich eigentlich gar nicht 5716, gell, merken nein, nein, nein da muss ranbleiben dann spiel ich mich nachher wieder, stundenlang da komm ich da rauf ich glaub es passt nicht es sind glaub ich wiege viele Pferde ich hab noch kein Pferd ich komm jetzt da oben an und da gibts nix, wirst du sehen ich glaub da bleibt kein Gramm über ich glaub ich dir nicht ich glaub ich hab noch nicht ich glaub ich